Was gerade vom Tresor kommt. Legendär. Das ist unnötig. Oh ne, diese Waffen wäre so geil gewesen. Guck euch mal diesen schmackhaften... diese schmackhaften Waffen an. Nein! Ja, das war OP. Ja, ja, ja! Das wollte ich genau. Jetzt habe ich das richtige Setup. Das wollte ich ja, bis zum Himmel. Ja, das war's. 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 Ja, keine richtige... Ja! Was? Er lebt doch! Ja! Boah! Ja! Neu! Die Pumpgun! Die normale Pumpgun! Ich bin gerettet! Ich bin scheiße gerettet! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin scheiße gerettet! Oh! Hey! Hier wird... Wo ist der Lützup? Der hängt in der Luft fest! Der hängt halt keinen Scherz in der Luft fest, wo da nichts oben ist! Nichts! Der hängt einfach in der Luft fest! Willst du mich verhaschen? Der hängt in der Luft fest! Ey! Das ist jetzt kacke! Das heißt, es wird... Oh! Es wird jetzt nur noch einen Lützup gespielt! Immer ein! Nur ein! Das ist richtig kacke! Woher bist... Undercover Mission! Hier ist ein Fort-Bite für... Vorher ist eigentlich... Hier ist ein Fort-Bite, ne? Ein Neotilded gibt's, glaube ich, so 3-4 Fort-Bites. Ja! Fürs! ihr wisst nicht wie schwer dieser scheiß ist punkten lange nicht mal gespielt schreien ich möchte lmg lang nicht mehr gespielt das ist jetzt richtig schwer das sind alles waffen die ich so lange nicht mehr gespielt habe alles war alles mit denen ich jahrelang gespielt weil sie einfach weg war ich finde die challenge sehr hart die leute die vielleicht in creative die waffe gespielt haben was ich habe jetzt noch mehr mit aber alle b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020